Bitte auch dies in der Diskussion immer zu unterscheiden. Grundeinkommen und Grund- und Mindestsicherung sind nicht dasselbe. Anspruch auf Grund- oder Mindestsicherung hat man nur dann, wenn man arm ist. Man muss also vorher auf eine Sozialadministration gehen, Jobcenter in Deutschland zum Beispiel, Grundsicherungsamt gibt es verschiedene Namen dafür, wo man erst mal die eigenen Einkommen und Vermögen nachweisen muss, um Anspruch zu haben auf diese Grundsicherungsleistung. Wenn man zu wenig Einkommen und Vermögen hat oder gar keins, erst dann hat man den Anspruch auf eine Grundsicherungsleistung. Es geht noch weiter, in der Regel sind Grund- und Mindestsicherung auch mit einer Prüfung von Einkommen und Vermögen in der Familie, im Haushalt verbunden. Partnerinnen gehören dann mit zur sogenannten Einsatz- oder Bedarfsgemeinschaft. In Deutschland zum Beispiel bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende ist es so, dass wenn zwei Menschen zusammenleben, ein Jahr, auch wenn sie nicht vereheligt sind, gelten sie nach einem Jahr zusammenleben aus als eine Bedarfsgemeinschaft. Grund- und Mindestsicherung sind so etwas wie ein letztes soziales Netz. Alle vorrangigen Leistungen, die man bekommen kann, muss man erst vorher beantragen, bevor man dieses letzte Netz als Auffangnetz in Anspruch nehmen kann. Es gibt aber noch andere Bedingungen, die mit Grund- und Mindestsicherung zu erfüllen sind. Erwerbsfähige müssen in der Regel mit einem Zwang zur Arbeit oder mit einem Zwang zu einer Gegenleistung konfrontiert werden. Zum Beispiel bei uns in Deutschland mit dieser Grundsicherung Hartz IV. Wenn man diese Bedingungen nicht erfüllt, dass man eine angebotene Arbeit annimmt, dann werden diese Leistungen gekürzt. Das nennt man Sanktionierungen. In Deutschland kann man per Gesetz sogar verhungern. Die Leistungen können auf Null gekürzt werden. Es gibt die Möglichkeit noch Sachleistungen zu beantragen. Gutscheine für Nahrung zum Beispiel. Das ist eine Kann-Bestimmung. Sie können Sachleistungen bekommen. Sie können aber auch keine bekommen. Was heißt, dass Sie in Deutschland verhungern können per Gesetz. Also bitte, wir reden nicht über Grund- oder Mindestsicherung. Wir reden auf dieser Konferenz über Grundeinkommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017